Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Elex. So. Elex. 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 Jo. Ähm, ich will hier die Aussprache üben. Bist du ein Pandit? Natürlich bist du ein Pandit. Ich hab das gedacht, ich wäre ein Perserker, aber nicht da. Dann verhauen wir halt mal zuerst den Punch-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan. Was? Schöne 150 Erfahrungspunkte. Alte Münzen und so weiter. Genau, hier haben wir unsere Gute getroffen. Ich wollte noch hier das Kraut mitnehmen. Und da oben auf der Stiege liegt auch noch was. Letzte Nachricht. Das war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Oh. Aber ich glaube, da geht es ziemlich allen Menschen gleich. Wir wissen zwar die Erde, also unseren Planeten, nicht immer zu schätzen. Eigentlich fast nie. Aber wenn dann der Hut brennt, ne? Wenn dann der Hut brennt, wird der Mensch auf einmal ganz edel und denkt an die Schönheit der Welt zurück, ne? Und weiß auf einmal auch zu schätzen. Eine Truhe. Was haben wir denn da drin? Kleiner Manatrank. Öllämpchen und Elexit. Schön. Energiespeicher. Elexit. Spind öffnen. Guter Teller. Nehmen wir alles mit. Zweimal sogar. Elexit. Elexit. Da oben ist ein Päutel. Den hätte ich auch gern. Kann ich da hoch? Ah, so geht es auch. So, gut. Und schlafen gehen. Ja, könnte man. Bis zum nächsten Morgen. Das machen wir auch noch schnell. Dann sind wir nämlich voll genesen. Ich will nämlich ein bisschen Ressourcen sparen, weil Tränke habe ich nicht mehr so viel. So. Hoppala. Und dann würde ich sagen, versuchen wir es halt, ne? Oh! Ich habe sie zu spät gesehen. Da ist alles voll mit Minen. Aber macht gar nicht mehr so viel Schaden. Wenn man an den Anfang denkt. Alter, da waren wir fast hin. Macht gar nicht mehr so viel Damage. Okay. Ähm. Das war natürlich wieder typisch Zoki. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Die Schimäre kommt nicht. Das gefällt mir. Zuerst die Beißerlein. Das sind ja nur kleine Beißer wohl. Kleine Beißer und das ist da hinten eine Schimäre. Verstehst? Das ist unglaublich. Jetzt hör auf zu mal rum. Graulen. Maulen. Verstehst du mir, dass die Schimäre kommt? Alter. Energie. Energie. Wo bist du? Energie. Aus. Dauer. Komm her. Ich erwischt nichts. So geht das nicht. Schau wir jetzt an. Passt. Hin, hin und noch mehr hin. Sehr gut. So. Beißerlein. 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 Die haben wir schon. Den haben wir auch schon. Der ist noch zum Luten. Und der ist noch zum Luten. Bevor wir die Schimäre angehen, laufe ich nochmal zurück. Ich hoffe, ich renne in keine Mine rein. Weil die habe ich eh schon entschärft. Und lege mich noch einmal kurz schlafen. So. Noch einmal. Ich würde sagen bis zum Mittag. Das passt schon. Dann versuchen wir die Schimäre auszurotten. Das könnte unter Umständen wieder schwierig sein. Ich würde es gerne von da vom Dach ausprobieren. Also von da oben irgendwo. Oder von dem Hügel da drüben. Boah. Mine. Alter. Ich. Ich und meine Unversicht. Speichern. So. Lala. Lala. So. Ich sollte das Plasma-Gewehr ausrüsten. Das habe ich nämlich vergessen. Wo bist du? Nein, Plasma. Flammenwerfer. Da war er. Mein Liebling. So. Komm her, Liebling. So. Jetzt bin ich wieder glücklich. Und das speichern ich auch nochmal schnell. Weil. Wenn ich verrecken tue, vergesse ich es wieder auszurüsten. Ja. Ihr kennt mich. Das passiert mir leider viel zu oft. Gut. Diese komischen Humble-Männer-Hammer. Eine Öllampe. Aha. Okay. Dann. Wir haben unser Glück, ne? Nachtschatten. Das ist gar kein Dings. Opa. Achtung. Hihi. Ah. Sie hat auch einen Flammenwerfer. Das ist gut. Ach so. Kriegen wir, glaube ich, recht gut daumen. Oh. Oh. Sie haben mich selber angeheizt. Das ist natürlich das Allerbeste. Äh. Wow. Naja, wenigstens brennt er auch. Au, 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 au. Wieso kann ich... Ich habe kein Jetpack. Ich bin zu schwer fürs Jetpack. Bis dahin. Wow. Wieso bin ich jetzt verreckt? Ach. Verbrennt, glaube ich, ne? Oder habe ich mich jetzt beim Sturz den Knöchel verstaucht. Das könnte auch sein. Warte kurz. Aber es geht. Ich bin zwar etwas ungeschickt wie immer, aber es geht schon. Weil ich mich zweimal selber angezündet habe, ne? Ja. Ja. Das ist Berufsrisiko. So. So. Also nochmal hier rauf. Ich habe vergessen, dass der... Wow. Dass der Flammenwerfer so schwer ist. Dass ich da in Wirklichkeit... Äh, ja. Leider Pech habe und, äh, ja. Nicht das Jetpack benutzen kann. Achtung. Bisschen blöd gelaufen. Aber nein, ich habe nichts getroffen. Oh, er spuckt mich an. Oh Gott. Oh Gott, er spuckt mich an. Au. Das hat er vorher nicht getan. Würdest du bitte... Bisschen spuckt mich das Viech jetzt an. Muss das sein? Ähm. Unfassbar. Mistviech. Ah, passt. Haben wir geschafft. Geht ja. So. So. Danke, Kaya. So. Dunkles Leder erhalten. Wandplatten und 10 Krallen. Schön. Ich glaube, das werden wir speichern. So. Und so. Gut. Tap, 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 tap. Dann haben wir hier. So. Ein Weltenherz. Das Größte, was die Berserker jemals zustande gebracht haben. Sie machen die Welt für die Alps unbrauchbar. Ein Weltenherz nach dem anderen. Ja. So. Die Säzer brindern wir aus. Mana. Es ist schrecklich. Keine Seele mehr hier. Nur noch der Tod. Mhm. Ich muss weitermachen. Gehe ein Stück zur Seite. Ich brauche etwas Ruhe für meine Meditation. Gutes Gelingen. Und sie leuchtet schon wieder so schön. Glühwämmchenmodus. Aktiviert. Musik ist auch so schön. Das passt so gut. Das ist schon groß. Das ist voll cool. Ich sammle mal hier das ganze Mana ein inzwischen. Ich glaube, wir haben es. Und? Es ist unglaublich. Tatsächlich höre ich auch hier etwas. Mhm. Ja. Und es ist ganz anders, als ich es immer vermutet hatte. Elex. Es ist nicht nur überall. Es ist auch immer gleich. Selbst wenn es sich in den verschiedenen Aggregatzuständen befindet. Selbst wenn es gleichgeschaltet in reiner Form oder auch als Mana vorliegt. Es spricht immer mit der gleichen Stimme und folgt ähnlichen Gesetzen. Das reine Elex aus den Konvertern soll nur ein Derivat des Manas sein? Das reine Elex aus den Konvertern soll nur ein Derivat des Manas sein? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass das Mana und das raffinierte Zeug, das die Alps verwenden, ebenfalls natürliche Formen des Elex darstellen. Dann ließe sich das Mana also auch wieder in reines Elex umwandeln. Wäre denkbar. Doch weiß bisher niemand wie. Nicht einmal die Alps. Ich nehme an, du bist noch nicht fertig mit deiner Forschung. Ich nehme an, du bist noch nicht fertig mit deiner Forschung. Willst du denn gar nicht wissen, was dieses kollektive Elex-Bewusstsein genau ist? Und was es mit uns vorhat? Hier geht es um viel mehr als simple Wissenschaft. Elex denkt. Elex spricht. Elex ist lebendig. Dieses Etwas und vielmehr jemand ist dabei, unsere ganze Welt zu verändern. Vorausgesetzt, du hast mit deinen Annahmen recht. Ich weiß. Es ist schwer zu verstehen, wenn man es nicht selbst fühlt oder versteht. Nun gut. Ich werde nach weiteren unerschlossenen Elex-Vorkommen Ausschau halten. Wenn ich weitere Eruptionsspuren finde, dann sage ich dir Bescheid, okay? Bis dahin lass uns erst einmal einfach weitermachen. Okay. Ein schlimmer Krieg gegen die Alps steht uns bevor. Wir werden uns gut vorbereiten müssen. Ja. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja. Ich habe etwas Mana für dich. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank. Das hilft mir sehr. Das freut mich. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Das ist schön. Na dann. Nicht schlecht. Ja, finde ich auch. So. Hoffentlich verliert sie nicht wirklich ihre Menschlichkeit. Das würde mich sehr... Also puh. Außer wenn wir pures Mana haben, denke ich mal, wird das schon gut gehen. Ich sehe hier zwei Sätze. Aber wo ist der Berserker dazu? Also wirklich der Krieger, der sie beschützen sollte? Den gibt es irgendwie nirgends. Auch keine Leiche. Sag bloß, die feige Sau ist abgehauen. Das wäre echt übel. Das wäre wirklich übel. So, wir sammeln schnell hier ein bisschen was ein. Da knutscht wieder was. Wow. Ein junger Hornwolf. Also der hat jetzt nicht viel gebraucht. Zum Verrecken. Na gut. Die nehmen wir noch mit. Ich glaube, dann hätten es wir schon wieder. Ich bin gerade am Schauen. Da ist noch eine Blume. Ja, ansonsten glaube ich, hätten wir es, ne? Gut. Dann würde ich sagen, wo als nächstes hin, ne? Weg des Erzbeseckers. Wie schaut man aus? Boah, immer noch nicht. Das dauert. Gefährte. Neue Erkenntnisse. Mal schauen. So. Aha. Da sollten wir wahrscheinlich mit ihr sprechen. Geh ins Lager. Bleib hier stehen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Okay. Mehr geht dabei nicht. Okay. Dann hilft die Quest dabei nichts. Dann bleibt wahrscheinlich nur noch dieser Schlachtplan übrig, ne? Konverter Hauptschalter. Ja. Nordabesser. Ich glaube, ich werde einen kleinen Abstecher zu den Berserkern machen, bevor ich Selbstmord begehe, weil ich muss schauen, ich habe es vergessen, wie viel Stärke ich jetzt brauchte für unsere Zahn. Hoffentlich begegnen wir niemandem, den ich kenne. Ich habe jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung. Okay. Ich möchte nämlich gerne unsere Axt verbessern. Auf Stufe 2. Eins und drei. Okay, warte mal. Kriege ich das etwa schon hin? Kriege ich das hin? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ähm, einmal. Geht sich aus. Passt. Äh, übernehmen. Passt. Das hätten wir schon mal. Dann werde ich jetzt versuchen, die Axt, die Zahn-Axt auf Stufe 2 auszubauen. Ja, bitte. Weil die dürfen wir jetzt ja führen. Schließen. Ähm, und die Tränke, genau. Die Stims wollte ich bauen. Diesen starken... Wie heißt er? Starker Hund? Harter Hund, da war er. 30 Mal. Äh, ja. Brauchen wir echt zu viel. Ich würde sagen, 10 reichen mal, oder? Ähm. Tränke. Starker Elex, bla bla bla, mächtiger Heiltrank. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ja, habe ich schon gemerkt, das geht nicht. Großer Heiltrank. Da fehlt noch was. Ja, das war's auch. Normaler Heiltrank. Fünfmal. Jo. Können wir machen. Ich sollte eigentlich mit dem Kleinen zuerst beginnen, ne? Hier. Da geht gar nichts. Ähm. Großer Heiltrank. Können wir jetzt wenigstens drei machen. Passt. Okay. Ach. Schön. So, hätten wir wieder fünf. Wie toll. Ähm. Die Waffe. Richtig. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ach, jetzt hör auf. So. Sehr gut. Jetzt haben wir da ein bisschen eine mächtigere Waffe. Sehr, sehr gut. Dann. Zwecks Lernen. Alle Teleporter anzeigen, wäre halt echt nice. Aber ich glaube, wir haben eh schon so gut wie alle, ne? Darum wollte ich das, wollte ich mir das sparen. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird hier noch was sein. Kann ich mir vorstellen. Hier vielleicht noch. Da war mir überall noch nicht. Lassen wir's gut sein. Ach, ich trottel, ich wollte mich ja borden. Ähm. Ja. Versuchen wir unser Glück. Versuchen wir unser Glück. Da haben wir schon mal ein Opfer. Ein Rudenskörner. Au. Au. Da will man einmal schlagen, geht nicht. So. Passt. Ja, mit dem Zeug. Boah, der hat ganz schön zugehauen, ne? Dieser Mistkerl. So. Einmal schnell Suppe essen. Stimmt. Speichern wäre auch nicht schlecht. So. Ja. Ui. Und dann schauen wir uns halt hier ein bisschen um, ne? Wir werden da sicher ein paar Gegner jetzt klatschen müssen, um uns einen guten Weg zu bahnen. Eine Kristallratte. Die kein Problem für uns ist. So. Wir schauen uns da kurz um. Gefährliche Gegend. Ja, vor allem das Viech da vorn. Aber diesmal machen wir ein bisschen um. Ich glaube, das macht uns kaputt. Ja, ja. Das war klar. Ich bin zu spät losgeflogen. Aber den Krimer Down ist kein Problem. Den Krimer Shutdown. Null Probleme. So ein Stückchen laufen. Ich hab's gewusst. Es wird in die Hose gehen. Ich war auch nicht ganz genesen. Den Fehler werden wir uns auch gleich beheben. Ach so. Die Kristallratte, ne? Die wollte ich auch noch besiegen. Komm her, du Viech. Ich wollte dich vergessen. So, ist gut. So. Na, 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 na. Oh, ein Alp. Den machen wir auch gleich kaputt. So, speichern. Nochmal hier drauf. Die Gelegenheit müssen wir glatt am Schopf herpacken. Na, du. Uhu. Uhu. Und weg mit dir. Sehr gut. Jeder tote Alp ist ein guter Alp. Stimmt, da war jetzt das eine Viech. Ich will ihn nochmal speichern. Zwar werden wir jetzt immer pullen, wenn wir da sind. Aber ist mir wurscht. Gefährliche Gegend. Leider. Ah, da drüben ist ein Alp. Warte kurz. Vielleicht traut er sich her. Oder auch nicht. Was hat denn der für ein Vogel? Na ja, da geht uns vielleicht dieses Viech dafür an. Na, komm her. Jetzt kommt er. Na, das war unsere Partnerin. So, auf die Fresse. Und ausweichen. Und gerne. Mach ihn hin. Passt. Sehr gut. Das war gut. Das war sehr gut. Das heißt, wir futtern noch gleich was. So. Sehr gut. Und schnell speichern. Das Viech wäre mir schon lange ein Torn im Auge. So. Dum, 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 dum. Idiot. So. Hier drin waren wir ja schon mal, ne? Wir haben herunten eigentlich alles gekillt, glaube ich, ne? Alles umgehauen. Ach, ich werde da stecken gehen. Unglaublich. Wir müssten da jetzt nur hoch. Bin ich da noch richtig informiert? Ich glaube schon. So, mal einen Lift holen. Da oben war dieser Alp-Commander, glaube ich, mit seinen depperten Freunden. Und die haben uns gleich böse verhauen. Was ich mich noch erinnern kann. Ich glaube, da liege ich gar nicht mehr so falsch. Das heißt, auch hier wäre wieder taktisch sinnvoll zu speichern. Ich mache jetzt immer 25 Minuten. Das ist mal ein bisschen... Normal müsste ich eine halbe Stunde machen, weil das Spiel ist echt komisch. Nein, ich mache mal 25 Minuten. Ein paar Parts zwischendurch. Vielleicht schaffen wir es ja noch in dem Part, diesen Alp-Commander zu besiegen. Das wäre mir zumindest eine Freude. Da war er noch nicht, okay. Da war er noch ein Stückchen weiter oben. Hier, glaube ich, war er auch noch nicht. Da musste man noch einmal hochfahren, ne? Gut, dann werde ich hier nochmal speichern. So. Und dann wurde er im Auto weg. Boah, jetzt hat sie mich erschreckt. Da ist er. Der ist schon mal erledigt. Da haben wir den Alp-Commander. Der ging gut. Der ging sehr gut. Wow. Also, das lief mal super. Körperschild. Machtstoß. Das können wir auch mal looten hier, ne? Elix- Äh, Elix-Schrott. Genau, wollte ich sagen. Elektroschrott. So. Da haben wir noch was. Ein Goldbröckchen. Ich glaube, ich brauche Licht. Ihr Armin seht sich auch nichts mehr, ne? So. Ist schon ein bisschen besser, glaube ich. La, 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 la. La, 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 la. Ich glaube, das passt. Dann schalten wir den Konverter aus. Bitte einmal abschalten. Dann hätte man das auch schon geschafft. Miep, miep. Voll unheimlich, ne? Diese Geräusche hier. Gut. Dann hätten wir das auch. Können wir jetzt da unseren Kumpel Bericht erstatten? Ich glaube, ne? Dann würde ich sagen, geht sich vielleicht noch aus. Können wir machen. Also. Zack. Bordmund schnell hin. Dann sind das jetzt mal ein paar Special-Folgen, sage ich mal, ne? Bisschen länger. Die Parts. Halt. Da war was. Glaub ich. Da. Eine Öllampe. Hui. Halt. Da ist ein guter Löffel. Und Trockenfleisch. Borduck. Wie, da ist es richtig? Ich glaube, nicht so recht, oder? Goldbrocken. Wäre Zufall. Nein, eigentlich nicht. Ich muss da her, weil ich muss dann einen Kerl da treffen. Wieder mal. Und ich glaube, hier war er, ne? Da ist er. Ja, passt. Hallo, Zartum. Zartum. Ui. Okay. Okay, das könnte dauern. Machen wir das doch im nächsten Part. Machen wir es lieber im nächsten Part. Das ist ein bisschen viel zu quatschen. Na gut, ihr Lieben. Dann machen wir hier Spontanschluss. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.